Hallo, guten Tag, ich bin Christine Marqueton, das ist die kleine Serafina und wir sitzen hier im Café Dollinger und geben ein Interview für Marten Ronneburg und das Café Dollinger befindet sich in Berlin Charlottenburg in der Leonhardstraße am Stutti und heute ist Sommer, Sonne, kein Strand, kein mehr, aber es geht uns trotzdem fantastisch und bald könnt ihr mehr erleben in Martens TV-Blog und ich hoffe sehr, dass ihr reinschaltet. Bis dann, tschüss, eure Christine.